Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Unglücklicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer dem Ausfall der Della Main Network Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zielt zu viel Aufmerksamkeit auf die Führung. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie... Wofür sind diese ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Della Main Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Entschlüsselungsfunktion mit. Entschlüsselungsfunktion mit.